war schwer und gestört eine aufnahme zu machen so weiter geht's weiter geht's weiter geht's spielen mit dem gras hier los gibt man gar nicht akzeptieren also ich schiebende bäume hasse ja hier sind wir in der hülle immer start von aus pferde nix darum pferde zu teilen macht wohl mache ich jetzt nicht tot hallo ein schweinis haben wir ja auch am start sehr schön hallo schweini schönes ich mache mal rüber automatisch dann habe ich aus ich muss also immer tasse drücken für dies automatisch springen oft störend deswegen ein wolfe knochen 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 klicken wuffi und start hätte ja gerne mal wieder einen gehabt wuffi wo ist er da ist er hallo wuffi hallo hast du hier ja siehst du wohl ein wuffi alles klar los geht ja ja kannst du die kuh raum schnappen schnapp dir die kuh die kuh schnappen sie ist dankeschön siehst du wohl geht doch anders sieht bruchstein 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 gies weg granit hat an der sie bleibt auch haben alles das fleisch da muss ich auch mitnehmen was können wir dann noch verzüchte sagen würde ich aber genug von so nah muss ich mal wichtig als er nahe haben wir es wird schon wieder dunkel ich hätte gerne irgendwo dorf erreicht aber meine sachen zu schmelzen hier ist er hier so muss das steiner wo stein bruchstein weg so wir haben stein haben das ist das bruchstein wieder eingesammelt natürlich doch jetzt habe ich jetzt auch wenn du das erste brauchst das fleisch ich habe immer was zu essen heißt da haben wir dich wieder fett gemacht musste stein ich glaube auch irgendwie selber machen aber wenn wir es hier schon fertig haben aber alles haben alles erkennt jetzt weiter lecker pilz dass ich das blume hier sollte ein lager finden für uns für die nacht und die kommt ja das sieht auch interessant aus nein immer ein kleines dörfchen hier in der nähe und natürlich endlich mal regen hier ist auch eine höhe kommen wir ja hier mal die nacht verbringen kohle kohle noch mit wofür ich kann nichts sagen aber du bist anscheinend wirklich im wege kohle noch ein kleines dörfchen so Ich brauche auch Kohle zum Schwein, überhaupt so von Füßen. Wir nehmen natürlich mit Säbnis eine Hülle. Das können wir uns mal angucken. Gleiches kühlen. Und hier können wir uns dann erstmal den Regen abwarten. Bruchstein, hier ist Bruchstein. Dann bauen wir uns mal eben schnell ein bisschen Mauerwerk hier für die Nacht. Ah, der ist hier gebaut. Ah, immer dieses Runterpurzeln, das nervt. So. So. Hundi! Nicht darauf! Oh Mann! Runter mit dir! Runter mit dir! So. Das müsste reichen, machen wir Fackel an hier. So. Ja, das müsste reichen. Dann sind wir jetzt mal soweit. Einigermaßen sicher, glaube ich. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. So. Dann baue ich einen Ofen. So. Und, äh, ja. Und schmelzen so mein, äh... Heisen ist mir hier weg. So. Das ist schon mal in den Griff. So. 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 Okay. So. Und dann geht's wieder. So. Kann man jetzt anfangen an, wie ich glaube ich habe? Ja. Wir warten. So. So. Kann man ja noch irgendwas ... verkleinern, damit das die Katze in der Tasche wegnimmt. Ich weiß nicht, ob wir das alles hier rumschleppen sollen. Ich wollte es aber auch nicht so einfach wegschmeißen. Ich muss ja einfach gehen, dann finden wir die Hülle irgendwann wieder. Dann tun wir das Granit, Anasid und so rein. Die Musterstein bleibt bei uns. Erde kann auch hier rein, der Fruchtstein schmeiß ich auch hier rein. Blumen auch, Ei nicht, Leder nicht, Windfaden auch nicht, Auge, Blumen auch bei uns. Blumen hier rein, zack. Oh, wir können auch ein bisschen Fleisch geben. Ich habe für dich leider nichts mit. Da geht leider nichts mit. Im zweiten Ofen bauen, können wir das Fleisch grillen. Da drüben wir noch ein bisschen Fleisch. So, also Fruchtstein und Kohle rein. So. So. Wo viel? Da ist aber wo viel. Klasse, dunkel, sitzt der Hund. Wo ist es denn dunkel? Erinnere mich. Was ist gut mit dir? Haben wir was essen? Ist ja löblich. So, die Kuh ist keine. Okay. Achso, der Hülle ist ja hingekommen. Gut. So. 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 So, wie. Was haben wir denn da? So können wir ein bisschen hier reingraben. Vielleicht finden wir hier was. Aber sonst nichts zu tun. So. Ich kann einen kleinen Raum ins Recht kloppeln hier. Na. Klaube. so sowas lange weil er es tut na so wird natürlich so dann würde ich sagen wo man auch ganz kohle schwer nein sagen Nimmst du mehr? Pulle will ich haben. So, wahrscheinlich viel Pulle gewesen. So auf der Erde. Ja, die Kies. Ich weiß nicht, wie die Kies die eigentlich nicht. Schauen wir hier im Boden ein bisschen aus. So. Da gibt es die Schöne draußen. Fakt mal nervig. Kleine Kuh. Kleine Mucku. Fangen wir in den kleinen Fenster rein. Muck. 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 Das kann hier rein, Erde kann hier rein, kommen wir zu dringend, so schon, nervig, ne? Soll ich wieder rauskürzen? So, komm schon die Decke auf, so, 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 da ist der denn, laidem, da ist der denn. Sag mal ein bisschen Zaun nach, ne? immer das noch, some. Ja, so, wunderbar, ja. Ja, Wasser braucht nicht so. Nen? So, ähm, wenn wir ein Fenster haben, kommen wir hier ein Fenster an. Aber wenn es dann hell, aber wenn es regnet, ist das schwierig, ne? So, haben wir, brauchen wir schon mal eine Treppe. So, eine Treppe hier. So, eine Treppe. So. Einmal den Beschneuder hier, die brauchen wir jetzt direkt nicht. Alles klar. Ach ja. Ja, kaputt, ich hoffe, ich komme wieder an. Ich mache es hier ein bisschen rein. Es braucht Platz jetzt. Eisen müsste ich ja jetzt haben. Hier ist Eisen, haben wir Eisen, man macht es wunderbar. Kann man uns Sachen bauen. Ich hole auch wieder in die Tasche packen. So. Dann bauen wir einen Ofen ab, einen Raum mitnehmen. Und das Crafting-Terra-Namele. Da wird dann schon mal wieder besser werden. So. Quatsch, mach ich, ne? Ja, also. So. Äh, die Krule wollte ich ein bisschen verdichten hier. Geht gar nicht so. Äh, muss doch Crafting-Terra haben. Ich brauch sie zu großflächig hier so machen. So. so bei holz und gar nicht auch hier rein Hier brauche ich gleich zwei Holze, machen wir mal was drauf, wir machen daraus Figgis. So, einfaches Dreck. Alles klar. Das sind die alten Werkzeuge. Könnte das Wetter wirklich mal besser werden. Wo ist der? Ja. Hm. Einen Schildbaum müsste ich mir eigentlich noch, aber gut. Ach was. So. Aber den Hund wird frei nehmen, den Hund sitzt da noch. Geht weiter, würde ich sagen. Geht weiter. Nehmen wir bei schlechtem Wetter halt. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Mhm. Ach, der Baum hier oben sieht auch schön aus. Der Berg und dann so ein einzelner Baum da oben. Krass. Das ist ein Dorf, oder? Ne, das ist ein Dorf. So. Oh ja. Schafe haben keine Stere rein. Ärgerlich. Die Rolle brauchen wir doch immer. Rolle kann man doch immer gebrauchen. Und ich habe die Schafe also geschafft. Lipp! Ich schliff! Das wieder so eine fette Füle. Warte schon. Ich kann ihn rasieren, wo sind andere Schafe, da waren es mehrere Schafe, wo sind jetzt alle hin? Ich bin flüchtet, oder wie? Das ist schon wieder dick, wunderbar. Zack, einmal schön. Haben wir unsere Kohle gesehen? Wollt ihr Kohle gesehen? Ich habe Kohle gesehen. Ja, ich habe Kohle gesehen. Ob anders, eben hat er Kohle gesehen. Dann ist er ein bisschen anderes Schaf. Oh, guck, der ist, dann wird er wieder dick. Da kann ich ja neben stehen warten, bis er wieder frisst. Einfach jede Menge Bolle. Also, wir gucken uns mal die Höhle da hinten an. Die Kohle finde ich jetzt nicht wieder, das Wetter ist einfach echt scheiße. Das ist auch eine Höhle. Ach, da war schon jemand, oder? Sieht so gestuft aus hier. Oh, wir werden. Ah, Kohle. Da sind wir dann mit. Das sind wir alles mit hier. So. Traumhaft. So. Vernehmt. Ah, Profi. Okay. Ah. Also, es geht noch tiefer. Hier sind wir hier lang. Jetzt wieder oben. Jetzt wieder oben. Das Ende. Ne, jetzt nicht Ende. Ja. Ach du Scheiße. Aber jetzt ist Ende. Jupp, jetzt ist Ende. Wollen wir nicht weitergehen? Geht's hier noch weiter? No. Alles klar. Ich will wieder zurückgehen. So. Das ist ja Höhlenzer. So. Okay. Jetzt hier noch runter. Das ist nochmal Kohle. Das sollten wir auf jeden Fall abgreifen. Au! 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 So. Wir kommen wieder. Oh, schon wieder da. Sehr schön. Brauchst du was zu essen? So. Wollen wir weiter machen? Ja. Das ist gut gemacht. Schön aufgepasst. Schön aufgepasst. Na ja. So. So. Wie geht der Hund denn hin? Was sucht der denn? Hast du was gefunden? Du weißt, wir sollen da nicht weitergehen? Na gut. Wir wollen ja auch draußen forschen gehen, ne? Echt, Echt. Wir wollen die Landschaft der Kunden. Nicht Minen rumgraben. Hast ja recht. Hast ja recht. Hast ja recht. Hast ja recht. So. Wo kommen wir denn nach Haus? Äh. Die Fackeln. Ich hab ja mal rechts gesetzt die Fackeln. Das heißt, wir sind am Ausgang schon vorbei. Die Fackeln links sind. Sind sie beim Ausgang vorbei. So. So. Genau. Hier ist wieder hoch. Komm, wo wie? Da geht aber auch schon wieder runter. Hier habe ich noch ein MPC-Dorf gefunden. Das wäre noch was geworden. Ich werde was essen. So. Ein paar Schafe, die wir noch mal ein bisschen nackig machen. Bupp. Schnipp. Die man schon so einzuschneiden hat. Ich habe keine Scheiden, aber die großen hier. Schnipp. 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 Schnipp, schnappen. Schnipp damit den taat mir verbringen. eine freude freue ich freue ich hoffe dass er noch mal schaffe und pferde aber ein pc-dörfer das ist hier echt und gesehen das war auch ein anderer server besser noch mehr haben wir ein pc-dörfer hier ist es echt dann ist wieder eine mine oder in mir nicht höhle das kohle wenn der kohle ist ja nicht von nur eine das kohle die nacht bricht wieder an wir haben keinen unterstof gefunden ich hoffe der hund findest du mir zurück wenn ich sterbe ich weiß nicht wie ich wieder herkomme ich stehe es brauche ich ja zu hause ich brauche holz holz irgendwo zu finden zufällig einzelner baum oder so nicht zu wollen ja nicht so viel spawnt hier nerregend leuchtet so viel dass wahrscheinlich noch in anderen fakulier minas leuchtung benutzt haben oder hier ist lauer da ist lauer ja wir gehen ja weiter wir gehen einfach weiter immer hier runter hopp 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 hopper hopp hopp hop super vermeiden wir nach über sollte meiden also ich weiß ja nacht ich sehe überhaupt nichts hier bau ich hab wasser profi doch weiß nicht wie weit wir hier oben sicher sind wasser Wo ist er? Wo ist er Lump? Wir brauchen mehr Fleisch für den Hund. Ich glaube hier bleiben wir es nicht so gesund. Hallo Kühe! Huuu! 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 Wir müssen leider den Kuh abfahren, sonst ist alles nichts. Huuu! 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 So wenn wir noch ein Hund mit Fleisch habe. Ja, also fein gemacht, hier Fleisch. sind der lange nacht und glaube ich gar nicht schuldigung wo sie kuren jetzt muss sie kuren sein danke siehen nein 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 ja 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 eignet ja kommt so alles klar hm darfst aber ja sehr gut oh das ist doch nicht so dumm jetzt weiter gleich und da kommen wir die richtung reisen wir weiter wir haben uns einen wolf schnappen schweine familie lassen wir schnell nach verdauern ist irgendwas eine gute idee dass ein anderer mann voller als total zombie versorgt dass wir nicht direkt rumlaufen durchlaufen so nicht durch alle fälle können wir mal haben wir auf dem sack erfolgt mehr aufpassen scheiß eine ekelhafte krater hinterlassen es geht das schmied sich so in den naturbild hier eingestellt wird langsam hell das ist gut die sonne geht auf die sonne geht auf schön aus wir waren das auch getroffen und wir müssen ein bisschen mehr scharf haben wir essen da ist noch eine kuh haben wir auch alles klar dann können wir weiter gehen das ist tag wir haben reichlich gleich erst mal reichlich nicht aber genügend sehr schön gemacht sehr schön gemacht profi was wir das essen sehr schön aber weiter die richtung ja nur rosen ja so sehr die bärensträucher wo ist kohle 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 ja muss ja mitgenommen werden kann ich hier liegen lassen was soll los mein taschen voll hier mit baumresten hier aber ich kann ich ja anpflanzen wieder immer so schade das waren jetzt haben wir ja an das sieht ja wieder angesammelt ruchstein und weiße wolle weißwolle ist okay die bäume wollte wieder hinflossen was auf die bäume hinweg meine scheiße weg meine scheiße auch noch was in die bäume hin wieder ganz grüne und in die richtung hier dafür leben nach fliegender stein muss magisch sein als wenn ich vorstellen wie so ein bockner in der luft schweben kann sumpfgebiet hier irgendwie das sumpfgebiet aus ja interessant was sieht ja einmal ernten das war die schere in der schere 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 ich mache die schere weg die sonnen gepackt werden meine güte kann ich mir abschneiden so mit irgendwie selber züchten meine ich ein paar hat seerose nach so was haben wir ja nicht eben hier so zack als nächstes ton da ist man das ton das ton muss ich haben davon kann man leider nie genug haben schon voll vollgemüllt und schon 64 alter schwede ach du kacke ich bin auch nicht so zu genügen ein sammeln so stimmt das jahr ist sowohl das erde ich glaube erde hoch dann kann ich hier besser mein sockel weg gehauen ein sockel weg gehauen dass du ein riesen eine riesen farm hier sozusagen ich kann es nicht mit dann muss die erde loswerden ganz gut dass ich das mal hinschütte alle bekämen aber ab sammeln 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 so ein scheiß ich glaube ihr denkt auch wenn bekloppt habt ihr vielleicht auch gar nicht so recht das ist ja schon wieder dunkel nein haben wir wieder im fuß weg gehauen hier ich kann es alles gleich mitnehmen fangen die an die dinge sind gesagt es stimmt alles was man so brauchen kann ich habe keinen platz mehr ich bin fahren noch weg hier kann ich auch nicht tun da wo sind die so haben wir das erst mal wieder voll wieder voll so geht wieder unter so wir haben behauptung finden gleich so schlechte idee uns hier irgendwo einzugraben rein zu graben wie auch immer da bietet sich an zwei jahre sind auch cool ist ja wir machen uns mal einen eingang hier rein rein uns für die nacht vor so ich mache es nicht so niedrig machen wir ein bisschen höher die decke so so dann haben wir den ofenraum starten was auch mal hier klatschen hier und schmeißen wir den tun hier rein damit wir das so so viel jetzt auch holz ich hab holz für die tür ok wenn wir schnelle tür waren zwei verschiedene holz sorten das war das entdeckt was ich brauchen kann und erst so das war so wie er es kann kommen rein hier rein hier wo wie muss man essen und und zwar lange so ich schaue den jetzt so so, alles klar okay achso, ihr wollt mal Pause machen habt euch wohl, bis demnächst, euer Jockel ciao